Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Latest European Blood Omen. Wir sind hier immer noch in der Kathedrale von Evernus und ja, uns steht jetzt, meine ich, ein Bosskampf davor, sobald ich nochmal weiß, achso, wir gehen nochmal kurz zurück. Hier geht's ja wieder in die wunderbaren Räumlichkeiten. Aua, das war laut. Was will ich leiser machen? Ich nehm das jetzt nämlich gerade mitten in der Nacht auf und es ist gerade nicht gerade die Zeit viel laute. Ah, okay. Hier hätten wir auch nochmal einen Speicherpunkt. Nein! Ja, das passiert, wenn man um drei Uhr morgens aufnimmt. Halb vier ist es schon. Gut. Es kann sein, es ist Wasserkacke. Was ist das? Ich wusste gar nicht, dass Klinge und Gewand hier waren. Du machst beiden Gegenständen Ehre kein. Ich glaube dennoch, dass sie mir besser stehen würden. Die Matriarchin von Evernus, Lady Azimuth. Mit ihren magischen Kräften hat sie durch in Blut geschriebene Runen Dämonen herbeigerufen. Soviel kann ich sagen, einer der nervigsten. Genau. Ihr könnt euch vorstellen, warum das ungefähr vielleicht nervig sein könnte. Meine Kinder werden dich in Stücke reißen. Kommt, meine Dämonen. Weißt du nicht? Uns Vampirblutschmausen. So, einmal. Für gewöhnlich macht man das, glaube ich, mit dem Soul Reaver. Seelenräuber. Aber... Das spare ich mir gerade mal. Ich glaube, bei dem Schild ist es halt das miese. Dass sobald er die Projektile zurückwirft... Du bist... So, zweimal. Ich bete, dass wir es schaffen, solange wie ich noch normale... Das kann nur einige Zeit für Finothera gehen. Okay. Es ist wirklich sehr nervig. Wow. Ich glaube, am einfachsten ist es an sich... Mist. Wenn wir den Schild nicht hätten. Aber der Schaden, den wir dadurch kriegen, ist immens. Ich glaube, sie wird jetzt langsamer. Jetzt wird es mehr schön. Ich darf mich nur nicht treffen lassen jetzt. So lange, bis ich hier... Komm schon. Okay. Jetzt werde ich jetzt nächstes nicht mehr um die Energiebank herumkommen. Oh, wie geht's mir? Ah, verpiss dich. Perfekt. Whisky denn jetzt? Okay. Hallo? Scheiße. Wie sagt ihr, das hier ist richtige Miese. Danke. Okay. Das Problem ist, wenn ich die beiden hier töte, kommen direkt neue. Und das wäre nicht in meinem Interesse. Okay. Okay. Ich glaube, das hier ist sogar mit der schwerste Bosskampf. Du blöde... Oh Gott. Hier ist gerade keine Möglichkeit. Wie wir gerade versuchen, dass ich das hier... Okay. 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 Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... ... Und ich bin... ... ... ... Oh, Salem! Nein! Jetzt nicht! Wo bist du denn überhaupt? Da! So, warte, warte, warte Warte So, dann spring da hoch Bleib da jetzt, bleib da jetzt Ganz Bleib schmeidig, Salem So, schmeidig bleiben Und zurück hier Es, Salem Kommt denn aus der Richtung, wenn... Nein, jetzt nicht Salem, nein Ich kann es gerade nicht So, wir haben sie fast, 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 ein, zweimal noch glaube ich Trotz ihrer großen magischen Kräfte Weil Lady Azimuth kaum ein Problem für mich Kaum ein Problem Nachdem ihre magische Kraft sie verlassen hatte, fiel sie bald durch meine Klinge Kaum ein Problem, sagt er Azimuths drittes Auge Eine Gabe von der Säule der Dimensionen Damit ermöglichte Azimuth Einblick in andere Reiche Die Säule verlangt nun zurück, was ihr gehört Ja Es bringt dich zur rechten Zeit an den rechten Ort So, dann mal zurück zu den Säulen Allerdings werde ich hier erstmal speichern Äh, das habe ich jetzt nötig Mir auch verdient, würde ich sagen Auch Salem Haben die ganze Nacht zusammen gekuschelt So, langsam mal gut sein So, und zurück Wen wird mal nach diesem Kampf mit einem Speicherpunkt belohnt Hier werden wir dann später zurückkommen Aber jetzt Geht es als Flitterflitterfledermaus Zurück Ich liebe diese Kamerafahrt Es ist einfach nur herrlich Ich liebe diese Kamerafahrt 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 Die Säule hat die Gabe angenommen, somit wurde sie wiederhergestellt. Gut gemacht. Du hast Möbius' Spielzeug gefunden. Azimuth begnügt sich nicht mit dem Zusammenrufen der höllischen Horde. Sie hat dazu noch das Zeitflussgerät gestohlen, um die Kreaturen anderer Zeitalter auch in ihren Dienst bringen zu können. Dem Tyrannen fielen so viele Städte, so viele Menschen zum Opfer. Willendorf steht bald dasselbe Schicksal bevor. Nemesis muss gestoppt werden. Soll nicht alles verloren sein. Wie kann ein Einzelner eine ganze Armee aufhalten? Du musst die Truppen von Willendorf zusammenziehen. Sie sind die letzte Hoffnung für Nosgut. Achja. Sehr schön. So. Dann geht es jetzt wieder zurück, Marsch, Marsch. Und anscheinend dann ja auch nach Willendorf. Es wird ein Spaß. So. Äh. Wir flattern jetzt zurück. Ich hoffe, ich finde jetzt auch den richtigen Punkt. So. Das ist da. Der Vorratdor. Das. Da müssen wir hin. Genau. Tinte Avernus. Oder Avernus. Ja. Der Geist Ariels würde mich nach Willendorf führen. Sollte ich das nächste Mitglied des Kreises vernichten, musste ich seine Machenschaften durchschauen. Dies immer im Hinterkopf, machte ich mich auf den Weg nach Willendorf. Nehnt da irgendwas? Nein. Okay. Zählen ist er gerade schon wieder am Jämmern. Am Nerven. Ich weiß nicht, was er von mir will. Eigentlich hält er noch alles. Inklusive ein sauberes Klo, was ich jetzt noch mitten in der Nacht gemacht habe. Ihr nervt. Ganz gewaltig nervt ihr. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch mal wieder am Jämmern. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch mal wieder am Jämmern. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch mal wieder am Jämmern. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch mal wieder am Jämmern. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch mal wieder am Jämmern. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch mal wieder am Jämmern. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch mal wieder am Jämmern. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch mal wieder am Jämmern. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch mal wieder am Jämmern. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch mal wieder am Jämmern. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch mal wieder am Jämmern. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch mal wieder am Jämmern.